Schallömschen, hier ist wieder euer Kuscheldrache mit dem Gram auf der Schulter. Genau, willkommen beim dritten Luz. Wir sind, ja, immer dieser Pessimismus. Wir sind auf jeden Fall vom Krankenlager wieder aufgestanden und machen jetzt quasi unseren Last Stand. Wir sind Leonides, wir stehen in den Hot Gates an den Thermopylen und die Berser kommen. Nein, wir sind in der Arena, zweimal verloren. Three times is the charm. Schauen wir mal. Wobei, Leonidas, du hättest zumindest einen richtigen Bart dafür. Nicht wahr? Genau. Ob der Rest so gut funktioniert wie bei Gerald Butler, sei jetzt einfach mal dahingestellt. Aber das überlassen wir einfach mal der Fantasie dazu schauen. Ich kann mindestens genauso gut, wie er Leute in Gruben stoßen. Gut, also, in diesem Sinne, this is Sparta und wir kriegen einen Priest. Ja, Gott. Wir spielen gegen die AK-16. Ja. Oh mein Gott. Was ist das denn? Sag ich mir, wie wer? Ne, ich meinte das da. Ja. Ob die AK-16... Wir sind sehr schnell leer, wahrscheinlich. Aber gut. Wir können das mal probieren. Das ist ein sehr schneller Anfang gegen den Priest, weiß ich nicht. Der wird wahrscheinlich gleich irgendwas rausholen, was dagegen hilft. Gucken wir einfach mal, ob keiner guckt. Juggler und Mörlock? Na ja, dann sind wir schon weniger. Na ja. Das Problem ist halt, wenn der dann eine komische... Ja, so sind wir doch noch gar nicht. Der Juggler braucht zwei. Ja, aber den Juggler könntest du auch zusammen mit den Murky spielen bei zwei. Sag ich ja. Deswegen vielleicht nur den Mech. Ist natürlich auch scheiße, wenn er jetzt so eine komische Tussi kommt. Aber wir schauen wir einfach mal, ob keiner guckt. Nein, er hat andere komische Dinge. Er hat einen Mörlock. Das ist witzig. Er hat auch ein sehr schnelles Deck. Also er hat auch einen sehr schnellen Anfang. Sprich, wir sollten jetzt den Knife-Juggler und den Mörlock legen und mal hoffen, dass der irgendeinen von den beiden erwischt. Was er wahrscheinlich nicht tut. Ah, da sei mir nicht so sicher. So, und den... Dann hätten wir schon mal einen Spare Part. Aber wir könnten ihm natürlich auch die ganze Sache in die Visage ömmeln. Ey, er hat das Coin, ne? Er hat den Coin, ja. Dann kill den. Weil, ich meine, das Problem ist mit Coin, kann er wel ins Chosen und dann kriegt er deinen Knife-Juggler weg. Ich meine, das kriegt er natürlich jetzt auch, wenn er einen Shadow of Pain hat. Aber so nehmen wir ihm eine Möglichkeit weg, wie er den killen kann. Ihr seht schon, wir sind alle ein bisschen defeatistisch eingestellt hier. Nein, es ist so. Du musst bei diesem Spiel, ich sag's immer wieder gerne, geh von dem Schlimmsten aus, was passieren kann. Es ist wirklich das Schlimmste. Und das passiert. Ja. Und wenn du darauf vorbereitet bist, dann kannst du auch mal Spiele gewinnen. Gut. Oder nicht komplett die Nerven verlieren. Er spielt schon mal die Coin, ja. Oh, Windfury. 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 Ähm. Ja, da spielen wir doch mal ganz... Spiel mal, im Zweifelsfall spiel den, 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 wie heißt der, der Flash-Eating-Ghoul. Den Ghoul, ja. Weil wir werden jetzt zwei Leute töten. Okay. Ah, jetzt müssen wir nicht mal zwei Leute töten. Also wir müssen ihn töten, das hilft alles nichts, weil sonst ist der Juggler tot. Das muss auch der Juggler machen. Ich hätte, ich hätte den nicht getroffen, hätte er mit dem Kleinen da angreifen können. Aber das müssen wir jetzt nicht. Genau. Warum mussten wir ihn töten? Weil wir haben, warum, er hatte auch nur eine Attacke, aber er hat Windfury. Windfury bedeutet schlichtweg, dass er mit diesem, mit dieser Karte zweimal in einer und derselben Runde angreifen darf. Ganz unschön, wenn man solche Sachen wie den Juggler behalten möchte und nur zwei Lebensenergie hat. Ja, gut, das muss auch noch passieren. So, Mindblast, das ist das Beste. Ja. Der lässt das Deck frei und wir können weiter, also... Genau. Ich würde sagen... Nein, 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 nein. Warte mal. Nicht. Also, du kannst den Mechwarper und die Katze spielen. Ja. Du könntest auch den Kleinen und... Nein, du könntest nicht den Mechwarper und die Katze spielen, weil das sind fünf. Ja. Und wenn man jetzt die Karten kennt, dann weiß man, dass der Mechwarper alle anderen Mechs billiger macht. Das ist der Grund, warum ich ein Gram auf meiner Schulter sitzen habe. Ja, genau. Und ja, vielleicht gibst du ihm einfach Face und spielst den Loot-Horder. Ja, weil dann haben wir einfach noch ein bisschen was auf der Karte. Can I roll me? Wir könnten natürlich, wenn wir ihn angegriffen haben, das Ding wieder rein, dann hat er wieder zwei Lebensenergie. Nee, 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 nee. Das lohnt sich doch nicht. Das lohnt sich doch nicht. Das machen wir doch lieber, wenn wir zweimal die Mech-Katze spielen können, dann bufft die nämlich zweimal. Okay. Das ist... Ihr seht schon. Am Anfang ist das... Wir haben so wenig Mana, von solchen Kombos können wir uns erst mal... Gut. Ihr seht schon, Gram hat den Plan, ich nicht. Daumen hört auf ihn und nicht. Naja, das hat man gesehen. Wir haben schon zweimal verloren. Es ist halt... Es kommt drauf an... Bei jedem Spiel kommt es drauf an, was für Karten du... Oder in welcher Reihenfolge du die Karten bekommst. In der Arena ist es aber zusätzlich noch der Zufall, was für Karten du bekommst. So, wenn du jetzt miese Karten kriegst und die auch noch in der falschen Reihenfolge, wie willst du denn dann gewinnen? Das ist wahr. Möchten wir das immer noch tun? Oder möchten wir einfach nur Face geben? Ja, mach mal den Mech-Warper, die Mech-Katze und hol die Mech-Katze zurück auf die Hand. Und dann greifst du an. Ja. So. Wie die Ärzte schon sagten, immer mitten in die Fresse rein. Das muss ich jetzt dreimal sagen, damit alle Leute mitkriegen, dass es nicht die Prinzen sind. Dass es nicht die Prinzen sind, das ist wahr. Finde ich gut. Die Ärzte sind nicht die Prinzen sind. An der Geschichte muss man dazu sagen, meiner Einer ist eigentlich ein Metalhead und die Prinzen mit den Ärzten zu verwechseln, glaubt mir, ich hatte keine leichte Zeit. So, der macht einen Schaden an allem, das sollten wir bedenken. Das heißt, was stirbt? Es stirbt unser Mächte-Knife-Juggler, es stirbt der Loot-Horder und es stirbt der Moorlog. Ja. Möchten wir das? Ja, eigentlich ist das toll, weil unser Flash-Eating-Ghoul wird für jeden, der stirbt, Bonus kriegen. So, warte mal. Ich würde ihn... Wir haben ja jetzt Multishot. Ja. Und die haben beide drei Leben. Ja. Das heißt, ich würde Multishot machen, dann stirbt nämlich der Ghoul. Es sterben zwar ganz viele jetzt von uns, aber wir kriegen eine Karte. Ja. Der Ghoul kriegt ganz viel Bonus. Jetzt kann man die Milchkatze nochmal spielen. Mhm. Und ihn dann töten. Also nicht ganz, aber fast. Naja, wir arbeiten dran. An dieser Stelle sei auch gesagt, lasst euch nicht täuschen. Ein Leben kann sich hier in der Ewigkeit hinziehen. Ja, und mit einem Leben kann man durchaus ein bisschen noch überleben. Wie wir eben gesehen haben. Der freundliche Paladin hat dann noch zwei. Wir hatten zwanzig. Und wer hat gewonnen? Richtig. Der Paladin. Das ist das heilige Licht. Na gut. Er gibt auf. Er sieht das jetzt anders. Unglaublich. Das heißt, wir haben gewonnen. Ole, 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 ole. Und kriegen erstmal 40 Yolt, weil wir drei Spiele mit irgendeiner Klasse gespielt haben. Das ist immer gut. Freie Asche. Ja, das würde ich euch noch raten. Macht einfach die Quests. Und wir haben jetzt hier drei 40er Quests, weil wir den Account jetzt einfach nur erstellt haben, um das Tutorial zu machen. Aber die Quests kann man jeden Tag rerollen. Und ich würde euch raten, rerollt alle 40er Quests, die ihr kriegt und macht alle 50er, 60er oder 100er. Genau. Die 100er sind sehr selten, klar. Aber ich würde dann zusehen, dass ich halt, wenn ich dann jetzt zwei 40er habe, dann trotzdem auf den nächsten Tag warten und gucken, kriege ich da eine neue und kann ich wieder eine 40er wegrollen. Genau. Es kommt zwar manchmal vor, dass man viermal einen 40er hat, dann muss man halt ins sauren Apfel beißen und das dann machen. Was einem das Leben auch erleichtern kann, wenn man Glück hat, ist, wenn man Quests bekommt, die aufeinander abgestimmt sind. Dass man zum Beispiel hat drei Spiele mit irgendeiner Klasse und man hat dann eine zweite Quest, gewinne drei Spiele mit Mage oder Schamane oder ähnliches. Das erleichtert einem die Arbeit ungemein, weil man schlichtweg zwei Fliegen mit einer Klappe. Genau. In diesem Sinne, wir haben einmal gewonnen, wir liegen noch nicht im Staub, wir sind weiter im Kolosseum. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und weitere Tieropfer, augenscheinlich hat es geholfen. In diesem Sinne, bis gleich, euer Kuscheldrache und der Kram auf der Schulter. Adieu.